8 kurze Tipps für die Mathe-Abiturprüfung 1. Übe regelmäßig, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Versuche, so viele verschiedene Arten von Aufgaben wie möglich zu lösen. Dadurch erlangst du natürlich ein tieferes Verständnis für jedes Thema. 2. Arbeite an deinen Schwächen und wiederhole die Grundlagen. Damit meine ich, auch wenn man in der Lage ist, die schwierigsten Sachverhalte richtig zu interpretieren. Manchmal scheitert die Richtung einfach an Grundlagen. Und das sollte man vermeiden. 3. Es ist wichtig, dass du Formeln, die du benötigst, um bestimmte Aufgaben zu lösen, auswendig kennst. Damit ist gemeint, wenn man wichtige Formeln auswendig kennt in Mathe, ist es viel leichter, unter Umständen bestimmte Muster in Aufgaben schneller zu erkennen. 4. In Bezug auf die Abiprüfung fällt mir jetzt spontan ein, sowas wie Tangenten- und Normalengleichung, mittlere Änderungsrate, dann auch bestimmte Formeln in Zusammenhang mit Integrale oder auch die Bernoulli-Formel natürlich. 4. Verstehe die Aufgabenstellung. 5. Lies die Aufgabenstellung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du sie vollständig verstanden hast. 6. Vor allem bei Aufgabenstellungen, die bekannt vorkommen, droht die Gefahr, dass man Sachen, Details übersieht, die wichtig für die Aufgabenstellung sind. 7. Und deshalb notiere dir die gegebenen Informationen und mache dir Gedanken darüber, welche Lösungsmethode du anwenden musst. Damit ist gemeint, zum Beispiel, wenn eine Aufgabenstellung mehrere Lösungswege hat, überlegt dir, welche schneller und kürzer ist oder welche der Lösungswege weniger fehleranfällig ist. 5. Zeichne Skizzen, um die Aufgabenstellung besser zu verstehen. Damit ist natürlich gemeint, dass die Lösung vieler Aufgaben daran scheitert, dass unsere Vorstellungskraft nicht ausreicht. Da kommt Abhilfe von einer Planskizze. Egal ob ihr in Analysis, Vektorgeometrie oder Stochastik sein, eine kleine Planskizze kann immer aus der Batsche helfen. 6. Arbeite systematisch und organisiert. Dadurch behältst du eine bessere Übersicht über deine Rechnungen. 7. Zeitmanagement. Nutze die zur Verfügung stehende Zeit effektiv. Damit ist gemeint, wenn man bei einer Teilaufgabe hängt und keine brauchbare Lösung findet, sollte man nicht ewig rumprobieren, sondern einfach zielorientiert weitere Aufgaben lösen, wo man gut Punkte sammeln kann. Am Ende, wenn man Zeit hat, kann man immer noch zurückkommen und einen neuen Lösungsansatz versuchen. Und Nummer 8. Vermeide sinnlose Fehler durch Überprüfen deine Ergebnisse. Das heißt, gehe am Ende, wenn dir die Zeit reicht, noch einmal alle Ergebnisse und Antworten durch. Das war's. Ich wünsche euch viel Erfolg. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, ein Like, ein nettes Kommentar oder sogar ein Abo kostet nix. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr meinen Kanal trotzdem abonnieren. Wer weiß, vielleicht gefällt euch mein nächstes Video. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr euch nicht gefallen.